Willkommen zu einem neuen Paar von Super Mario RPG. So, jetzt können wir endlich mal herausfinden, was dieser Schalter mit sich bewirkt. Was war das? Schau mal beim Booster Pass nach. Äh, okay, dezenter Hinweis, würde ich sagen. Ähm, okay, wir sehen hier eine Treppe, eine wunderschöne Treppe und eine Säule. Oh, okay, äh, yeah, ich bin Mario. Yay, wer hat das gedacht? Okay, das ist super, das, äh, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Sowas gefällt mir. Sowas kann ruhig öfter kommen. Ähm, ja, cool, dann, ähm, laufen wir jetzt so. Bleibe ich jetzt die ganze Zeit? Oh. Oh, okay. Aber nicht schlecht. Super, ähm, ja, okay, ähm, war nicht super. Ja, gut, das, äh, ja, fehlen mir die Worte so ein bisschen, ich bin beeindruckt. Und, ähm, ja, wir können jetzt, äh, ganz schillig wieder kämpfen, das ist natürlich toll. Und der Hammer haut rein wie nichts. Also, wisst ihr ja, nichts im Sinne von derbe viel. Yeah, der mit dem Ärmchen rumwackeln. Oh, man. Mario, lass dir das nicht gefallen. Lass Booster dich rächen. Yeah, das ist voll männlich und so. Okay, ähm, ja, wie viele Fenster am Hintergrund sind das her? Wahnsinn. So, an sich finden die Gebäude keine Fenster, aber wenn man gegen die Chippies kämpft, dann kommt eine wilde Karte. Ja, wow, wow, ähm, okay. Finde ich super, denke ich. Nein, nein, halt, das, 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 das ist die falsche Reaktion. Ach, verdammt, verwechselst du mal. Das ist die falsche Reaktion. Oh mein Gott, das war ja furchtbar. Mellow, was haben wir nur ohne dich tun? Hier, leb schnell wieder. Ohne dich sind wir machtlos. Okay, ähm, ich hoffe, das kam klar genug rüber. Ja, ja. Ja, ähm, lass dich kristallisieren. Okay, ich würde sagen, wir machen mal einen Donnerschlag. Mal schauen, wie viel das bringt. Hoffentlich viel. Oder wenig. Okay, das, weiß nicht, man kann sagen, es hat viel gebracht, aber letztendlich stehen noch alle. Als wäre nichts gewesen. So, du bist gefährlich. Und lebst noch. Das ist, das ist doof. Und alles auf Mellow. Na gut, solange es nur Mellow ist, ich habe kein Problem damit. Danke. Danke, Mario. Wirklich toll. Ähm, Mellow. Wirklich toll. Okay, ich mache nochmal einen Donnerschlag und das müsst ihr eigentlich jetzt so besiegen. Hoffen wir mal. Wäre cool. Ja, super. Ich freue mich. Oh Mann, das ist... Okay, lass mich das. Ach nee, bitte nicht, wilde Karte. Ich sterbe doch nur. Ja, man kann da... What the fuck? Okay. Alles klar. Ähm. Ja, so schlimm ist die wilde Karte. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Bowser, lass dich kristallisieren. Damit du diesen wunderschönen Schein hast. Okay, wir machen mal nochmal einen Donnerschlag. Ich denke mal, das ist ganz gut eigentlich. Ich hätte nur rein theoretisch auch... Naja, egal. Das können wir ja dann immer noch machen. Aber jetzt lohnt es sich nicht. Ja, 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 ja. Komm, Mario. Du stehst darauf. Das wissen wir alle. So, ähm... Ja, hier. Der sollte sterben. Er ist eine Gefahr für Mellow. Für alle anderen anscheinend nicht. Finde ich natürlich super. So, nun der Beckenstoß. Wuh. Okay. Nein, das ist der falsche Film hier. Kein Beckenstoß hier. Ähm... Superpilz. Toll. Und level up. Wuh. Also, man erreicht hier ordentlich was. 80. Ähm... Wir gehen wieder auf Angriff, würde ich sagen. Ich finde, bei Mario kann man nichts falsch machen, wenn man Angriff benutzt. Denke ich mir mal so. Ich bin mal so ein Arsch und denke das. Und nehme euch diesen Gedanken vorweg. Ich wollte rüberspringen. Aber dafür war ich wohl zu uncool. So. Blaster. Blaster. Booster. Ähm... Hat gewisse Ähnlichkeiten. Ganz dezent. Mal gucken, was ein Donnerschlag hier verursachen kann. Ich benutze den Donnerschlag viel zu selten, seitdem wir dieses Becken haben. Oh! Okay. Donner ist gegen... Ähm... Kanonen recht effektiv. Finde ich auch toll, dass wir nicht gegen Kugelwilli kämpfen müssen. Obwohl... Obwohl wir eigentlich gegen Kugelwilli kämpfen sollten. Naja. Ja. Wow. 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 Okay. Ähm. Ähm. Ja, scheiße. Wir müssen ihn wieder beleben. Okay. Ähm. Dann hier. Friss. Oder trink. Besser gesagt. Ein super Energy Drink, was sich irgendwie wieder zum Leben erweckt. Was dein Herz wieder schlagen lässt oder so. Keine Ahnung. Und er ist tot. Super. Yeah. Null Damage gemacht. Also süß. Rear macht natürlich jetzt ordentlich damage. Das ist wichtig. Und ähm. Ja. Dann gehen wir gleich zu diesen komischen... Oh. Gino macht nicht mal was unterreichend Level ab. Das finde ich natürlich auch toll. Ein passives Level ab. Ähm. 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 Gehen wir mal auf ein bisschen mehr HP. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm. Okay. Ich dachte man könne gegen dich kämpfen. Aber ist wohl nicht. Ach Leute. Und was macht ihr denn da? Gut. Ähm. Wir heilen uns. Denk ich mal kurz. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Denn ähm. Bowser kann gut was vertragen. Ähm. Ja. Hier. So 88. Jetzt ist alles wieder glücklich. Okay. Super. Oh Gott. Alles klar. Ich weiß schon was. Nein. Ich weiß schon was zu tun ist. So. Ballnutzer. Ey. Dieser Name. Der ist immer noch so toll. 69. Schuh. So. Ähm. Donnerschlag. Es wird Zeit liebe Leute. Ob ein Donnerschlag gut ist gegen diese Rob aus? Nein. Nicht wirklich. Ähm. Hauptsache es greift jetzt so keiner an. Oder so. Ah. Ich muss unbedingt mehr mit Spezialattacken arbeiten. Aber irgendwie. Die Fernsehung. Okay. Ähm. Also wirklich die. Die. Die Lust habe ich nicht. Möchte lieber direkt dran gehen. Schocker. Ähm. Achso. Das war ja diese gebündelte Kraft. Diese gebündelte Blitzkraft. Ist natürlich auch super. Okay. So. Ihr seid damit Geschichte. Uh. Peace, man. Okay. Und. Das nächste Level ab. Super. Das läuft hier Schlag auf Schlag. So Spezialattacken aber sowas von. Ähm. Ja. Boah. Ansonsten. Das war voll viel und so. Das wissen nur die wenigsten. So. Wollte ich mal aus dem Fenster gucken. Der ist sicherlich schon ein paar Meterchen. weit oben. Okay. Ha. Ich finde es auch interessant. Dass wir mit einem Schlag nach Sichtdamage machen. Obwohl wir fallen. Okay. Ähm. Nein. Ich finde es auch interessant. Dass manchmal nur eine Bombe oder so kommt. Ich meine. Das ist ja geschenkt. Geschenkte Experience oder so. Hm. Ja. Natürlich. Warum auch immer die das manchmal so machen. Ich habe das Prinzip noch nicht so ganz verstanden. Anscheinend ist damit die Verteidigung höher. Oder so. Ich weiß es nicht. Nein. Anscheinend nicht. Okay. Das war gut. Das war gut abgewehrt. Obwohl ich eigentlich viel zu spät reagiert habe. Aber hey. Das muss ja niemand wissen. Nee. 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 So. Okay. Ihr seid tot. Und damit haben wir die ganze Bob-Ompfraktion. Entschuldigung. Bob-Ompfraktion besiegt. Ist natürlich ganz toll. Und es gab schon lange keine Secrets mehr. Ich hätte gerne noch ein bisschen was. Und hier erwartet uns jetzt wohl etwas. Ich weiß es nicht. Ich durfte nicht vergessen, einen Booster-Pass nachzusehen. So wie ich mich kenne, vergesse ich das. Oh. Die Musik hat sich gewechselt. Ist wieder normal. Es geht hier ab. Wir wissen es nicht. Was steht denn hier? Schlüssel benötigt. Können wir da reingucken? Schlüssel benötigt. Steht das hier auch? Nein. Stattdessen begegnen uns wundervolle Gegner. Okay. Lassen wir das. Ähm. Ja. Äh. Das war eine hübsche Überraschung. HP Maxx. Was wir gar nicht brauchen. Finde ich super. Und. Ja. Äh. Aber solange Melos lila eine Power-Locke noch steht, ist alles toll und wir nur drei Damage durch den Sauger allein. Oh ja. Sauger tut so weh. Oh. 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 Okay. Das klingt komisch. Wissen wir alle. Ja. So. Äh. Was? Was ging jetzt ab? Ist es jetzt bei allen so? Ähm. Ich meine das ist ja hier denn wirklich alles geschenkt und wieso halten die nix aus? Das ist grausam. Das ist ein Massenmord. Nein. Eigentlich nicht. Aber hey. So. Da oder? Viel Damage. Wow. Wird ja mal heftiger hier. So. Du stürbst mir jetzt hier weg. Das finde ich toll. Und ich will mal in diese Tür da rein. Aber ich darf nicht. Das ist. Ich habe keine Lust jetzt hier gegen alle zu kämpfen. Ich denke mir einfach mal nü. Und gehe einfach mal hier rum. Na. Die Musik hatte ich schon wieder. Nein. Ich mag die Musik nicht wirklich. Die ist einerseits ganz lustig. Andererseits ist sie auch ein bisschen seltsam. Wenn man das so sagen möchte. Ja. Seltsam trifft sich ganz gut. Oh ne. Oh ne. Ich ahne Böses. Ich ahne doch. Nur. Hey. Guck. Ich ahne doch nur Böses. Seht ihr? Ganz böse. Seht ihr? Ganz böse. Die kommen da einfach mit Fallschirm. Oh. Cool. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier nicht beim Springen so nach links gehen konnte. Das dürfte das Rätsel zur Lösung sein. Ähm. Okay. Ich komme nicht hoch. Dann sicherlich runterfallen. Das ist die Lösung. Nein. Wer geht nicht kämpfen eigentlich? Nö. Weiß nicht. Wow. Ähm. Ja. Äh. Okay. Das vergessen wir schnell mal wieder. Ähm. Ich wette man kann da. Man kann da rüber. Ja. Come on. So. Und es ruckelt hier ziemlich stark. Nicht ein bisschen uncool. So. Da ihr nur Sauger machen könnt. Und tanzen. Seid ihr recht ungefährlich. Und lässt. Lasset euch damit in Ruhe. Yeah. Oh Sauger. Oh. Ein Damage. Warum ist das nur so heftig? Diese Gegner sind die schlimmsten, die ich jemals gesehen habe. Okay. Bisher war eigentlich nur dieser graue Sniffet schlimm. Und ja. Ich nenne sie Sniffet. Wenn die eigentlich Sniffet im besten glaube ich. Aber das klingt doof. Das klingt. Hm. Das klingt. Unnötig rangezogen irgendwie. Und warum haben wir 101 Damage gemacht. Obwohl wir den Schlag verfehlt haben. Also. Nicht richtig getroffen. Also. Sachen gibt es. Die soll es gar nicht mehr geben. Die sind zu gut mit einem. Das darf nicht sein. Das kann so nicht angehen. Ich bin dafür, dass wir jetzt eine Rebellion starten dagegen. Warum ist das so unterschiedlich mit dem Damage, den wir machen? Irgendwie so unterschiedlich wie hier habe ich es noch nirgendwo erlebt. Muss ich gestehen. Aber okay. Dann ist das wohl so. Kann man es gegen machen. Okay. Das kriegst du jetzt zurück. Doppelt und zehnfach. Ja. Torte Stoß. Schön. Oh. Ange... 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 Angepustet. So. Ich würde das Angeblasen sagen. Aber man kann ja nicht anblasen. Kann man anblasen? Ähm. Ich... Ich hoffe nicht. Mal anblasen klingt gruselig. Egal. Ah. Die geben ordentlich Kohle. Ich will mal gucken wie viel Geld wir haben. 999. Tja. Mehr geht halt nicht, ne? Mal hin. Neun Frosch München. Äh. München. Okay. Frosch München haben wir hier. Gut. Find ich super. Ähm. Okay. Äh. Na. Da kommen wir so nicht hoch. Okay. Ähm. Aber wenn wir gegen dich kämpfen, ignoriere mich nicht, du Arsch. So. Okay. Wir nehmen den. Und was greifst du ihnen an? Das ist unschön. Greif Gegner nicht durch andere Gegner an. Das ist einfach nur uncool. Hat dir so mal nett eigentlich jemals angegriffen? Ich weiß es nicht. Ah. Das ist das einzige was wirklich effektiv ist. Äh. Der Rest ist eher so, ja, so lala irgendwie. Oh lala. Tralala. Yeah. 126. Das ist so unterschiedlich mit den Dingern. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ähm. Ja. Geld. Was. Was wollen wir denn an Geld noch? Das ist lächerlich. Und warum gibt's hier nichts? Obwohl das hier super derbe mega secret mäßig ist. Und. Okay. Ähm. Fände ich ein bisschen suspekt gerade. Aber okay. Schauen wir mal hier rein. Okay. Das sehen wir uns im nächsten Part an. Äh. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Oh Gott. Da kommen sie alle schon wieder? Egal. Das müssen wir uns nicht nochmal antun. Ciao.